Wir wünschen Corey auf jeden Fall alles Gute. So, ganz anderes Thema. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Aber ich selbst, ich kann mich über meinen Chef ehrlich nicht beklagen. Klar gibt es natürlich auch wie überall solche und solche. Aber wie ticken denn die Bosse von absoluten Megakonzernen? Zum Beispiel Tesla-Gründer Elon Musk oder Virgin Boss Richard Branson? Wir haben eine Mitarbeiterin gefunden, die auspackt. Ja, nicht nur im Sommer, auch im Winter zieht Miami ja jährlich Millionen Touristen an. Aber auch immer mehr Menschen, die dort für immer leben wollen. Unter ihnen sind natürlich auch Deutsche und Bedingung dafür ist die sogenannte Green Card. Wenn man die aber nicht hat, dann muss man nach drei Monaten das Land verlassen. So, wir haben zwei Frauen in Miami getroffen, die einen komplett verrückten Plan entwickelt haben, wie sie auch ohne Green Card für immer in den USA leben können. Ja, diese Frau hier, sie hat die wohl größte Luxustaschensammlung der Welt. Im Wert von fast zwei Millionen Euro. Neben Bauhausen übrigens noch 10.000 Euro im Monat nur für ihre Schönheit raus und jettet zum Shoppen um die Welt. Wie die Unternehmerin zu Sophie Kohle kam und ob bei ihr wirklich alles so glitzert wie auf ihrem Instagram-Account, wir haben Jamie Chua in Singapur besucht. Und hier bei Tough Weekend geht's gleich mit diesen Themen weiter. Und jetzt aufgepasst, heute haben sie zum letzten Mal die Chance auf unseren Megapreis. Mit ein bisschen Glück könnt ihr einfach anrufen unter 01379-446000. Kennwort lautet Mega. Oder sie schicken eine SMS mit Mega an 3x die 4, 3x die 1. Und bleiben Sie schön erreichbar, denn wir rufen den Gewinner heute noch zurück. Also ganz, ganz viel Glück. Ich drücke die Daumen und bis gleich. Da sind wir wieder zurück bei Tough Weekend. Es ist ja endlich Wochenende und mal Zeit, das eigene Zuhause so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Doch vor dem Wohnungsputz drücken sich ja viele von uns gerne mal, oder? Ob Putzfimmel oder Messiewohnung, das wollen wir herausfinden und haben jetzt einen ganz genauen Blick in Deutschlands vier Wände geworfen. Wie reinlichssichtige Bewohner selbst einschätzen und wie die Realität aussieht, das gibt es jetzt bei Wie Sauber Bist Du. Und jetzt aufgepasst, heute haben Sie zum letzten Mal die Chance auf unseren Megapreis. Mit ein bisschen Glück. Also einfach anrufen unter 01379-446000. Kennwort lautet Mega. Oder Sie schicken eine SMS mit Mega an 3x die 4, 3x die 1. Und bleiben Sie schön erreichbar, denn wir rufen den Gewinner heute noch zurück. Also ganz, ganz, ganz viel Glück und bis gleich. Werbung. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tough Weekend. Wir kommen jetzt zu einer, sagen wir mal, sehr eigenwilligen geografischen Einschätzung. Nach der liegt nämlich England in London und nicht mehr London in England. Ziemlich dämlich, aber könnten Sie jetzt spontan sagen, von welchem Promi diese Aussage stammt? Hier kommt die wohl verrückteste Quizshow Deutschlands. So, wir sind auch schon wieder am Ende angelangt. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wonach haben Sie schon mal im Internet gesucht? Googeln Sie auch manchmal Dinge, die Sie gegenüber Freunden nie zugeben würden? Die Suchmaschine hat jetzt eine Top-10-Liste herausgegeben. Mit Dingen, und jetzt wird es interessant, die Männer heimlich googeln. Welche das sind, verraten wir Ihnen auf tough.de. Also klicken Sie doch mal rein. So, jetzt wünsche ich Ihnen noch ein wunderschönes Restwochenende. Wir sehen uns Montag um 17 Uhr bei Tal.